In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach Duplikate in Excel entfernen kannst. Wir beginnen mit dem ersten Beispiel. Wir klicken einmal in unsere Tabelle hinein. Dann gehen wir auf den Reiter Daten, Datentools und finden hier das Feld Duplikate entfernen. Hat deine Tabelle Überschriften, so sollte hier der Haken einmal entsprechend gesetzt sein. Und wir können hier entscheiden, innerhalb welcher Spalten wir nach Duplikaten suchen möchten. Ich bestätige einmal mit OK und schon wurden mir alle Duplikate entfernt. Wir können sehen, dass zwölf doppelte Werte gefunden wurden. 51 Werte sind hingegen erhalten geblieben und wir sehen, dass dieser Name nicht herausgefiltert wurde. Das liegt daran, dass es hier einen Unterschied in der E-Mail gibt und zwar habe ich hier einmal Sheldon 1 und hier unten Sheldon 2. Das heißt, ein Datensatz wird nur dann als doppelter Datensatz erkannt, wenn sämtliche Spalten hier übereinstimmen. Und da bei mir hier die E-Mail nicht übereinstimmt, wurde das nicht als Duplikat erkannt. Möchte ich beispielsweise nur nach Duplikaten suchen bei den Vornamen und den Nachnamen, dann kann ich nochmal auf Duplikate entfernen gehen und dann entferne ich hier den Haken bei der E-Mail. Und schon wurde mir wieder ein Duplikat gefunden, da hier die E-Mail ignoriert wurde. Wir kommen nun zum nächsten Beispiel und diesmal möchte ich Duplikate entfernen mit dem erweiterten Filter. Und diesen finde ich über Daten, Sortieren und Filtern und Erweitert. Im ersten Schritt können wir entscheiden, wo wir Daten filtern möchten. Wir können entweder direkt in dieser Liste filtern oder wir können die Daten an einer neuen Stelle kopieren. Ich beginne erstmal mit dieser Option. Dann müssen wir entscheiden, wo unsere Tabelle liegt. Das wurde hier automatisch erkannt. Und dann kann ich hier das Feld keine Duplikate aktivieren. Ich bestätige mit OK. Und wir sehen nun, dass die Zahlen hier blau dargestellt sind. Das bedeutet, dass hier einige Zellen ausgeblendet wurden. Und da es sich hier ja um einen Filter handelt, werden die doppelten Werte nicht gelöscht, sondern einfach nur ausgeblendet. Das können wir beispielsweise hier erkennen, da wir von der Zeile 18 direkt in die Zeile 20 springen. Ich kann mir den doppelten Wert auch einblenden lassen, indem ich mit der linken Maustaste zweimal zwischen die beiden Zeilen klicke und schon wird er mir wieder eingeblendet. Möchte ich hingegen die Duplikate gar nicht mehr in dieser Liste haben, dann kann man wie folgt vorgehen. Wir gehen nochmal auf Erweitert und diesmal aktivieren wir die Aktion An einer anderen Stelle kopieren. Nun müssen wir entscheiden, an welcher Stelle unsere Liste eingefügt werden soll. Ich markiere beispielsweise diese Zelle hier. Und dann aktivieren wir wieder Keine Duplikate. Bestätigen mit OK. Und schon haben wir die gleiche Liste, aber ohne Duplikate. Bei der dritten Möglichkeit, Duplikate zu entfernen, nutzen wir eine Funktion, und zwar die Eindeutig-Funktion. Diese ist aktuell in Excel 365, 2021 und Excel für das Web verfügbar. Ich gebe in eine neue Zelle eindeutig ein. Und dann muss ich auswählen, welcher Bereich nach Duplikaten hier gefiltert werden soll. Dann kann ich die Formel bereits schließen. Und schon erhalten wir eine Liste, basierend auf dieser Liste, aber ohne Duplikate. Das Besondere hierbei ist, dass diese Liste hier auch dynamisch ist. Das heißt, wenn ich hier einen Wert entferne, dann wird dieser auch automatisch aus meiner gefilterten Liste gelöscht. Diese Funktion erzeugt hier einen Überlauf. Das erkennen wir daran, dass hier ein blauer Rahmen entsteht, wenn wir in die entsprechende Zelle hineinklicken. Und wenn wir in eine der anderen Zellen hineinklicken, dann wird mir die Formel hier grau dargestellt. Das heißt, wir können mit einer Formel einen Überlauf erzeugen, der sich auf die darunterliegenden Zellen auswirkt. Erhältst Du hierbei einen Überlauffehler, dann liegt das daran, dass die darunterliegenden Zellen nicht frei sind. Die dürfen nämlich keine Inhalte enthalten. Wenn ich hier den Punkt wieder lösche, dann werden mir wieder alle Daten korrekt angezeigt. In meinem letzten Beispiel zeige ich dir, wie du Duplikate optisch anzeigen lassen kannst. Und dafür markieren wir die Tabelle mit STRG A. Dann gehen wir auf Start, Bedingte Formatierung, Regeln zum Hervorheben von Zellen und wählen Doppelte Werte aus. Hier ist Doppelte Werte bereits aktiviert und wir können entscheiden, wie doppelte Werte dargestellt werden sollen, beispielsweise mit einer hellroten Füllung. Man könnte aber auch ein benutzerdefiniertes Format vorgeben, in dem man diese Formatierungseinstellungen hier nutzen kann. Ich bestätige mit OK und alle roten Werte sind Duplikate. Wenn wir uns nun hier noch einen Filter setzen, über Daten, Filtern und das Ganze einmal nach Nachnahme sortieren, dann können wir auch noch mal gut erkennen, dass es sich hierbei tatsächlich um Duplikate handelt. Das heißt, jeder Wert, der mehr als einmal vorkommt, wird rot markiert. Das war es soweit von mir. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann einen Daumen nach unten. Abonniere diesen Kanal, um neue Videos nicht zu verpassen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.